Das war eine harte Woche, meine Herren. Wir haben noch viel mehr verloren. Wir werden uns erholen. Ich habe einen Blankoscheck und ich werde ihn nutzen, um Makarov auszuschalten. Egal, was die Welt sagt, wir sind keine Wilden, wir töten keine Zivilisten, wir verwenden Präzision. In den Schatten versteckt sich ein Verbrecher und wir werden ihn ans Licht bringen. Wenn wir sein Gesicht kennen, werden wir Geschichte schreiben, Männer. Das sind die letzten Zufluchtsorte für Makarov und seine Männer. Klingt, als sollten wir an zwei Orten gleichzeitig sein. Unmöglich? Nicht für 1,41. 50-50, dass Makarov ausgeschaltet wird? Price, er bitte Erlaubnis, das Versteck mit Roach einzunehmen. Erteilt. Sob und ich übernehmen Afghanistan. Sehr gut. So schneiden wir alle Fluchtrouten ab. Wir beenden es jetzt. Seltsam. Und ich dachte, wir hätten den Krieg schon gestern beendet. Scharfschützen in Position. Angriffsteam los. Makarov bei Sichtkontakt angreifen. Roger. Verstanden. Los geht's. Los geht's. Hinterhalt. Hinterhalt. Schäle. Linke Seite. Linke Seite. Hinterhalt! Hinterhalt! Ziele! Linke Seite! Linke Seite! Hinterhalt! Hinterhalt! Aufschauen! Sie haben das für die Gewerksfeier aufgeklärt! Rauchdeckung! Gegenangriff in den Raum! Vorwärts! Frau Sohn! Ziel bei dir auf 8 Uhr! Roger, ich habe ein Ziel! Halt! Kontakt im Südwesten! Da ist sie hoch! Kaus! Kontakt bei dir auf Natur! Kaus! Sie bringt dich! Nure Heils! Halt! 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 Kaus! Gauß! Brauch Deckung! Sie habe ein alguien! Halt! Ja! Siehe! 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 ... Siehe! Das war's für heute. Zwei Trucks verlassen das Zielgebäude. Die Trucks dürfen nicht davon kommen! Verschalten! Vorsicht! Feuere Javelin ab! Warte! Javelin! Weg von der Straße! Scheiße! Die Trucks sind wohlgekriegt! Fahrzeuge wurden neutralisiert. Wir haben Makarov nicht gefunden. Niemand sonst hat das ausverlassen. Die Trucks könnten ein Ablenkungsmanöver sein. Verstanden! Wir rücken zum Haus vor! Randgebiet sichern! Das ist ein Ablenkungsverfahren. Das ist eine Ablenkungsverfahren. Wir werden die Trucks bringen und sicher! Los! Los! Meldung Feindaktivität! Ziele erledigt! Und schon! Ziel bei dir auf 2 Uhr! Roger, ich habe ein Ziel! Büro sicher! Los geht's! Los geht's! Ozone, hab ein ungeschütztes Ziel! Hab Sichtkontakt! Ozone, Sie sorgen dafür, dass niemand durch die Küche entkommt! Roger! Scarecrow, Lagebericht! Niemand verlässt das Haus durch den vorderen Keller! Esszimmer sicher! Ich habe kein Wälder, es gibt jemanden in die Küche! Roach, Sie gehen rauf und überprüfen geschlossene Räume! Einbrechen und sichern! Orale, Sie haben ihn in die Küche! Wobei ich mich nicht mehr rennen kann! Ozone, Sie haben ihn in die Küche! Es ist nicht auf den Meldung Feindaktivität! Der Meldung Feindaktivität! Ziel auf 2 Uhr. Ziel in Sicht. Schnellbedeckung, Roach! Keller gesichert! Verstanden! Keller sicher! Ich sicher diesen Bereich, Roach! Gehen Sie nach oben und überprüfen Sie die Räume! Gehen Sie nach oben! Oberes Stockwerk gesichert! Verstanden, oberstes Stockwerk sicher! Alles gesichert, Trupp bei mir sammeln! Fotos, Scarecrow! Roger! Shepard, ihr Ghost! Kein Zeichen von Makarov! Wiederhole, kein Zeichen von Makarov! Captain Price, irgendwas in Afghanistan? Vieles! Mindestens 50 Typen, aber kein Zeichen von Makarov! Vielleicht hatten wir falsche Informationen! Die Qualität der Informationen wird sich ändern! Dieses Versteck ist eine verdammte Goldmine! Verstanden! Ghost, lassen Sie Ihren Trupp alles für einen Einsatzbericht einsammeln! Namen, Kontakte, Orte, alle... Sind schon dabei, Sir! Makarov kann nirgendwo hin! So soll es sein! Das Evakuierungsteam kommt in ca. 5 Minuten! Holen Sie die Informationen! Shepard, Ende! Roach, starten Sie den Transfer an Makarovs Computer! Ozone! Sie sichern hinten, ich vorne! Los! Bin unterwegs! Sonderkommando! Price hier! Es sind weitere von Makarovs Männern eingetroffen! So, ich brauche Deckung! Ich schalte den Typen da drüben aus und höre sie mit seinem Funkgerät ab! Ghost! Funkstille für ein paar Minuten! Viel Glück da oben in Russland! Price, Ende! Roach, im Keller ist ein Waffenlager! Bedienen Sie sich, solange es noch geht! Makarovs Leute werden alles versuchen, damit wir die Informationen nicht bekommen! Wir müssen die DSM schützen, solange der Transfer läuft! Waffenvorräte nutzen und falls vorhanden, Claimers platzieren! Defensivpositionen! Los! Bereit zum Angriff! Bin in Position! Was zur Hölle war das?! Große Feindkonzentration nähert sich von Südosten! Sie haben gerade den Randbereich durchbrochen! Ich versuche sie zu dezimieren, bevor sie zu nahe kommen! Empfehle den Einsatz von Visierwaffen! Over! Verstanden! Alle das Feld im Südwesten sichern! Bewegung! Feind gesichtet! Sie kommen! Im Feld im Südosten! Raketenwerfer nähert sich von Osten! Der ist erledigt! Verstanden! Raketenwerfertrupp nähert sich von Osten! Feindliche Helikopter nähert sich von Nordwesten! Verstanden! Feindliche Helikopter nähert sich von Nordwesten! Wir müssen den Vorkarten sichern! Ich gehe zu den Hauptfenstern! Jemand muss die Zufahrt vermieden und sichern! Roach! Platzieren Sie Ihre Claymores auf der Zufahrt! Und kommen Sie zurück zum Haus! Ozone! Zieh Sie! Ah! Zieh Sie! Ah! Wenn das so aus dem Trauer ist! Ozone hat's erwischt! Ah! Oh! 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 Rotten, Ziele erfassen! Ziel erledigt. Raketen, Nerven! Faktionswechsel. Keine Scharfschütze. Durch das Sumpf für 30 Sekunden. Los! Kontakt! Ein nur! Ich bin getroffen! Scarecrow getroffen. Wiederholen. Scarecrow getroffen. Abwohnen! Abwohnen! Das wird schon bei der Schuhe. Hör auf! Hör auf! Kontakt bei dir! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Dich auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Rauschen! Raketenwerfer, nähert sich von Südwesten. Alles klar. Raketenwerfer-Trupp kommt aus Südwesten. Sie setzen westlich vom Haus weitere Truppen ab. Sie müssen beim Bootshaus sein. Westflanke sichern! Am Esszimmerfenster sind 240er, Raketenwerfer und L86 MGs. Verstanden. Wir müssen sie damit erledigen, wenn sie aus den Bäumen kommen. Anfeinigung, oder? Anfeinigung! Afguss! Anfeinigung! 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 Knall! Anfeinigung! Der Transfer ist abgeschlossen, Roach! Ich schütze für den Hauptzugang! Holen Sie die DSM! Verwägung! Er ist erledigt. Roach, ich schütze für den Hauptzugang! Holen Sie die DSM! Wir müssen hier raus! Raketenwerfer nähert sich von Westen. Der Transfer ist abgeschlossen, Roach! Ich schütze den Hauptzugang! Holen Sie die DSM! Verwägung! Alles klar! Raketenwerfer-Trupp nähert sich von Westen! Er ist erledigt. Feindliche Truppen gesichtet, die sich ihrer Position nähern. Sie kommen durch die Sonnen-Kollektoren im Osten des Hauses. Hier ist Shepard. Wir sind fast an der Landezone. Wie ist Ihr Status? Over. Wir sind auf dem Weg zur Landezone! Gehen wir, Roach! Gehen wir, Roach! Feindliche Truppen gesichtet, die sich ihrer Position nähern. Wir kommen durch die Sonnenkollektoren im Osten des Hauses. Hier ist Shepard. Wir sind fast an der Landezone. Wie ist Ihr Status? Over. Wir sind auf dem Weg zur Landezone. Gehen wir, Roach! Brauch Deckung! Ozone! Kontakt auf zwölf Uhr! Roger! Zielerfassung! Ah! Bin getroffen! Brauche ich! Sie bewegen sich! Ich bin hier. Bist du! Kontakt auf! Vaatieren! Dann wegschnecht! Sie ist auf den Weg! Kontakt auf 9 Uhr! Kontakt auf 10 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 Uhr! Haben Sie die DSM? Wir haben sie, Sir! Gut. Ein Problem weniger. Nein! Nein! Reich ist sicher. Alle Ziele zerstört. Alles bestätigt. Keine Aktivität entdeckt. 2-6 geht in die Wartekorexion. Gauss, bitte kommen! Ihr Price! Wir werden von Shepherds Leuten angegriffen! So halten Sie die linke Flanke! Shepard auf keinen Fall trauen! So runter! 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 Jetzt ist wieder die Flanke! Untertitelung des ZDF, 2020